Also wenn die Enten reinkommen, dann komme ich auch rein. Jigli, der ist super warm! Papa, den ist ja zuerst! Ja, Ligli, ich muss nochmal gucken, wie tief der hier ist. Schimpflügel! Kann es also, wenn die Enten reinkommen, dann komme ich auch rein. Na, die sind schon drin. Also könnt ihr rein hüpfen. Tief genug. Ja, was heißt da tief genug? Ja, was heißt da? Ja, das ist schon drin. Ja, das ist schon drin. Ich bin von der anderen Seite. Ja, nein, nein. Ja, nein, nein, nein. Kala, Kuscher, Käschen. Nein! OK, hab ich nicht mehr! Nein! Ja, nein. Komm, mach mal. Lilli, ist da tief genug? Oh, da kommen die Enten. Es ist kalt. Nein. Doch. Hara, nicht Angst, die auf die andere Seite lebt. Die kommen alle die Enten, die denken, wir haben alles rot und weiß. Das haben wir in Deutschland vergessen, leider. Lilli, das war so schwarm. Guck mal hier, das ist gar nicht so tief. Und hier guckst du das Weiße da. Ja, schon, aber ich bin gar nicht runtergekommen. Wow. Da war schon weit drin. Guck mal. Wir fern auch tief. Weißt du, da ist noch tief und da vorne ist... Da war es nicht stau tief. Sieht nicht tief aus. Welches ist als erster drin von euch? Lilli, Fanny war ja schon. Guck mal. War der schon drin, oder? Ja, ja. Der hat Muskel auf den Rücken. Ja, wie das Fönke, oder? Ich teile es. Ja, mit dir auch. Das ist kalt. Äh, 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 waltrösen, ich sage. Komm, du füge, du füge. Ich kann halt, du füge. Tuck mal, ich hab, du füge. Äh, sie sieht ja aus wie so aus. Äh, du füge. Inke. Inke. Guck mal, da sind zwei Kühe. Guck doch mal hin. Die möchten auch gleich spielen, oder? Aua, hat sie los? Auf die Seite. Wahnsinn. Wow. Guck, damit ist es nicht warm. Wie im Stockacher Schwimmbad. Ja, Felisa, du musst erst Schwimmflügel anziehen, bitte. Ohne Seite ist es echt warm. Aber es hätte bestimmt 18, 19 Grad. Warme, 18, 19 Grad. Ja, aber da ist ja nicht mal eine Dusche hier draußen. Was hast du? Da ist ja nicht mal eine Dusche hier draußen. Du kleine Bauernse. Hallo. Kommst du aus dem Moor raus, du. Und Fuß rein strecken. Und warum hast du dich da dran? Weil es zu groß ist. Alles, komm her. Oh, sorry. Wie? So ist der Erich, der Weltkantival traut. Das ist auch so ein See, wo es im früheren Raum ist. Da drüben ist ein Steak, Mami. Was ist los? Bini, soll ich die in das Wasser machen? Möchtest du mehr rein? Nee, der trinkt. Das darfst du nicht ziehen, Mami. Guck, soll ich nicht drinnen? Und drinnen. Jetzt hüpfst du mir. Aber ich kann nicht runter, Lini. Hüpf, komm. Johannes, komm, hüpf. Kann man hier mal gucken, ob du da runter kommst. Da wo das Weiße ist. Das ist eine Pflanze, die was die wagt hier schon eine Weile oben. Hier holst du ein Pflanze. Simon. Komm zum Fenster, du bist auch raus. Ja, genau. Willi, komm. Es ist ganz warm da drin, wirklich. Im Schwarzwald war es tiek kälter. Johannes. Willi, du kommst mit mir. Willi, schau mal. Guck mal. Guck mal, die Felisa ist auch am Baden. Super, Felisa. Kann ich hier auch sein. Guck mal. Die kommt auch vorwärts. Wer bei mir schon drin ist. Komm, wie ich hier schwimmen kann heute? Weil du echt... Hast ja echt was gelernt bei der Reka. Die Schwimmlehrerin. Bitte, Lotti, guck mal so die Hände aneinander. Ich kann wegschaufeln. Ich komm nur einmal rein. Ja, du traust dich nicht, oder? Hüpf, fertig, los. Macht ja keinen Bescheid, Lotti. Guck mal. Guck mal. Guck mal.